Wir sind heute hier in der Red Bull Arena in Salzburg, veranstalten ein FIFA 17 Turnier, 2 gegen 2. Die besten zwei kommen weiter aus der Führergruppe und dann geht es ganz normal weiter in der K.O.-Phase. 1-0 waren unsere Gegner in Führung ab der vierten Minute, aber wir haben die Partie gedreht und die Formation gewechselt. Also hat alles gepasst. Niemand dran glauben, nie aufgeben. 64 Teams haben sich heute überliert. Die besten 32 sind in der K.O.-Phase, wo aber nur ein Team am Ende gewinnen kann. Ja, das wird ein enges Ding. Ich meine, wir sind alle ungefähr auf dem gleichen Level und da wird letztendlich in einem Spiel das Glück entscheiden. Wir wurden gut versorgt. Wir hatten nebenbei auch eine tolle Stadionführung und ich hoffe, es gibt es nichts mehr wieder. ... ... ... ...